heute mal im wald unterwegs hier im wessloher wald und ich habe mit dabei mpe lupenobjektiv manuelles makro objektiv und bin hier auf der pirsch nach insekten pilzen und was sich sonst noch für die makro fotografie anbietet und auf diese kleine tour nehme ich die jetzt mit ja wie man hier unschwer erkennen kann ich habe hier vor mir die osmo pocket 3 mit dem clip am rucksack festgemacht vor mir noch dann das iphone 13 pro in meiner hand die dji action 4 und vielleicht hast du es gesehen bei dem video in hamburg habe ich eine nachtaufnahme gemacht und vielleicht siehst es jetzt selbst auch schon ich habe das ja hier über so einen hosenträgergurt an mir befestigt und wenn man da so eine leichte bewegung dabei ist dann wackelt das ganze und zwar kann man da ein bisschen was mit rocksteady oder eben halt mit zusätzlicher software im nachhinein machen mit davinci resolve oder eben halt anderen weiteren programmen aber die komplett ruhig habe ich das bisher nicht bekommen wenn du da natürlich einen tipp hast freue ich mich natürlich wenn du was in die kommentare schreibst ansonsten hatte einer noch gesagt also der der mehrzahl hat es gefallen einer war mit bei der fragte ob ich das video material in känguru haben machen lassen und da hätte ich auch für hüpfen müssen und ich glaube das hätte meine knie gar nicht mitgemacht heute hier mal mit leichten gepäck unterwegs deswegen kann ich die action 4 so in der hand halten ohne dass mir nachher irgendwann der arm abfällt also weil ich ja meistens dann mit größerem gepäck unterwegs bin schweren stativ und so weiter und habe ich nicht die ganze zeit lust dann eine action vor mir herzutragen oder generell irgendwie ein gimbal oder so um das footage noch ein bisschen stabiler zu machen ich hoffe das ganze geht heute so auch von den lichtverhältnissen wir haben natürlich immer mal wieder geschlossenes blätterdach hier und ja ansonsten bin ich auch der ausschau nach ausschau insekten pilze was ich hier eben halt sonst so anbietet ist nicht mehr ganz die jahreszeit klar wir haben mittlerweile oktober wobei ein paar habe ich erwischen können die ein bisschen träger waren fliegen sind auch teilweise sehr genügsam wenn man nicht gerade ihnen das sonnenlicht nimmt dann ja lassen sie sich auch gerne mal fotografieren ansonsten noch im rucksack hinten drinne das 28 70 sollte mir jetzt landschaftstechnisch mir hier noch irgendwie was gefallen dass ich davon noch bilder machen kann aber ansonsten ja ich bin ich eigentlich überwiegend unterwegs um makro bilder zu machen und achso ja adapter looks habe ich noch mit also sprich led licht sollte ich noch zusätzliches licht benötigen aber meistens ging das jetzt hier mit dem sonnenlicht das ist glaube ich wie man hinter mir sehen kann ansonsten ja vereinzelte spaziergänger die sich hier wundern dass ich hier mit drei kameras rumlaufe sprich vor mir das iphone geschnallt neben mir die osmo pocket und ab und an dann haltend hier die action 4 ich schaue mal was da am footage eben halt in dem sinne mit bei ist auch was an bildern rum gekommen ist ich habe hier eingestellt weißabgleich stellenweise 5600 oder eben halt automatik also was den weißabgleich anbelangt verschlusszeit auch relativ hoch gewählt das heißt hoch also bei 3 bis 500 rum und du kennst es vielleicht aus dem makrobereich dass die tiefenschärfe sehr gering ist und man muss eben halt schauen wie fotografiert man jetzt einen sekt also besser ist eben halt leicht von der seite zu fotografieren dann hat man eben halt noch zusätzlich mehr mit drauf als von vorne natürlich kann man auch ein insekt nicht sagen mensch setzt sich doch bitte mal so hin dass ich ein besseres bild von dir machen kann da muss man einmal schauen man hat ja dann doch manchmal mehr auswahl mehrere versuche um eben halt ein passendes bild von einem insekt zu machen ansonsten einfach mal durchschauen ich wie gesagt habe mehrfach auslösung genutzt um weil wie gesagt ich habe hier mit den mpe das ist ja manuelle fokussierung habe ich ein fokus peaking und dann sehe ich eben halt auf welchem bereich ich dann den schärfebereich habe und sobald man ein bisschen atmet ja mir fehlt gerade daten sich ein bisschen bewegt ist man natürlich sofort aus dem schärfebereich draußen und du kennst es vielleicht auch aus dem makrobereich dass der tiefenschärfe bereich sowas von gering ist und mit dem hast du ja sogar noch die möglichkeit eine fünffach vergrößerung zu nehmen aber in dem bereich da sollte man dann wirklich mit makroschlitten oder so arbeiten also dann das verzieht man also dass das unmöglich eigentlich dann dann hast du vielleicht nur einen kleinen teil vom facetten auge von von einer fliege oder sonst was eben halt scharf genau ansonsten bin ich hier unterwegs bei einfacher vergrößerung und mehrfachauslösung das hatte ich auch schon gesagt ISO bewege ich mich so bis maximal 500 aber ansonsten bin ich auch schon zwei stunden unterwegs und habe gar nicht so viel gefunden ich habe hier ein paar pilzgänge noch getroffen wahrscheinlich haben die mir die ganzen pilze weggeklaut dass ich noch hätte von den pilzen ein paar bilder machen können und jetzt schaue ich einfach mal was mir gleich noch so vor die linse springt ja zuhause am rechner habe ich mir jetzt alle bilder angesehen das waren insgesamt was waren das 4500 bilder davon sind dann jetzt letztendlich glaub fünf oder so übrig geblieben ich habe nebenher einmal kurz eine aufnahme gemacht mit dem makro objektiv also eine videoaufnahme so dass du mal siehst wie das überhaupt im schärfebereich ist auch jetzt was das wackeln anbelangt ich hatte da eine verschlusszeit von 320 und du hast halt keine stabilisation damit bei wie jetzt ich sagte ja auch schon im video mit dem 100 mm makro objektiv wo du eine objektiv stabilisation mit bei hast die du anschalten kannst das ganze eben halt ein bisschen ruhiger aber da wiederhole ich mich in der iris fotografie nutze ich sehr gerne das mpe das ist ja dann auf dem makroschlitten aber draußen manuell damit in säcken zu fotografieren oha das ist wirklich tricky und da gibt es eine spezielle makro fotografin die hat die sitzt glaube ich in england die hat damit angefangen mit dem objektiv und was die damit gezaubert hat ich weiß nicht die die muss keine ahnung roboter arme haben oder sowas was die für schöne aufnahmen gemacht hat habe ich mir versucht viel von abzuschauen aber so ruhig wie sie die mit dem lupen objektiv die kamera hält das ist das ist absolut der wahnsinn ich mache meistens mit der kamera one shot ich habe auch schon probiert längere aufnahmen zu machen dazu habe ich das kann ich ja sonst einmal holen das ist jetzt hier ja diffusor den ich davor packe also das heißt ich packe auf die kamera ein aufsteckblitz da schnelle ich das ganze hier eben halt drauf und es ist ja immer so eine geschichte in der makro fotografie fehlt ja meistens eben halt das licht und das ding ist echt super ich müsste jetzt lügen wo wie der gute herr hier noch heißt ja habe ich lange suchen müssen ich gucke mal ob ich das finde dann packe ich es hier auf jeden fall nochmal mit in die beschreibung habe ich jetzt nicht mit gehabt wie gesagt heute war es hell genug und ich wollte wenn ich licht brauchte das mit adapter looks nutzen also dem led licht aber habe ich nicht gebraucht und das ist echt super wie komme ich jetzt darauf eigentlich ist es so wenn du jetzt die die geile makro aufnahmen ansiehst das insekt von vorne bis hinten scharf und wenn du denn eben halt schaust welche kamera da genutzt wurde das ist glaube ich die olympus glaube ich ist das ja wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue und die hat die option dass du kannst wenn du bracketing fotografierst also auch relativ ruhig hältst das ganze dich vorne ans objekt bewegst und die der blitz kommt die ganze zeit nach das kann leider die kennen nicht die schafft es eben halt oder die vorige r5 r6 reihe die einzige die das konnte war die r1 ich hatte aber jetzt keinen muss mir extra dafür dann die r1 zu holen war überlegen auf olympus wegen der makro fotografie zu switchen also nur jetzt für die makro fotografie aber das fand ich jetzt ein bisschen drüber und vielleicht wenn ich mir irgendwann jetzt die neue r52 oder so hole mit der ist es eben halt möglich im bracketing bereich eben halt dauerhaft zu blitzen ansonsten ist das eben halt nicht möglich so dann kannst du nämlich auch so eine schöne stacking aufnahme machen und hast die ganze zeit eben halt den flash den blitz in dem sinne mit bei ja das dazu ansonsten können wir uns gerne mal zusammen die bilder jetzt anschauen jo schauen wir uns jetzt einmal die bilder an sieben sind übrig geblieben von 4 500 ja ich sagte ja schon tiefenschärfebereich ist da schwierig und hier sieht man eben halt one shot das ist wirklich nur der kopfbereich hier vorne scharf und dann fängt es relativ schnell an hinten unscharf zu werden und ich habe mir noch ein zwei aufnahmen bei wo ich das insekt von der seite fotografiert habe und das finde ich dann ein bisschen schöner sage ich mal so dass man dann mehr bereiche des insekt scharf hat also eben halt ja keine stacking geschichte und das finde ich eben halt das schöne mit der olympus stellst du halt wie beim bracketing eben halt eine belichtungsreihe ein und machst du eine aufnahme dazu eben halt tacker der blitz die ganze zeit und dann wird das gleichzeitig schon zusammen gesteckt und du hast eben halt ein schönes scharfes bild und ja da ich gerne makro fotografiere liebäugel ich immer wieder mal mit olympus aber mittlerweile schafft es ja auch im bracketing bereich durchgehend zu blitzen auch die die r52 ja ansonsten weiteres bild auch fast das gleiche ein bisschen von vorne noch finde eben halt ganz schön hier mit den augen den verschiedenen farben oder besser gesagt den facetten augen hier leicht von der seite ein bisschen rausholen schön goldbraun also von der seite hat man natürlich dann ein bisschen mehr fläche wo es scharf ist hier vorne verliert sich dann auch wieder ein bisschen dann ein blatt weiter hat sich noch ein anderes insekt befunden sieht auch irgendwie aus als wäre irgendwie gemeißelt oder besser gesagt mit einem nagel und hammer bearbeitet das ganze jetzt hier der panzer sieht voll interessant aus und dann ja war noch mal ein weiteres blatt also ich sagte ja wenn die sonne durchkommt damit sich die die insekten wärmen sich da gerne auf und da tummeln sich dann relativ viele auch hier mit den haaren die schon fast mit den häkeln die wie borsten aussehen sieht ganz gut aus kann man ein bisschen rein zoomen hier schön mit den facetten augen noch ein anderes ja und dann verliert sich hinten wieder aus ich habe ich hier noch geht auch so in die gleiche richtung und so wenn man sich die kameraeinstellungen anguckt was habe ich hier beim ersten aber oben iso 400 blende 8 160 genau weiß abgleich hatte ich 56 eingestellt was habe ich hier habe ich die gleichen einstellungen bin ich glaube ich bei dem wo ich hier gehalten habe bei den einstellungen gleich geblieben ja ist auch so dass auch so das auch so ja ja ich hatte noch ein zwei andere stellen das ist aber nichts geworden mit 320 blende 9 und ja das sind jetzt die die zu gebrauchen waren ansonsten nicht wirklich eine große ausbeute aber ich hatte einfach mal wieder lust makro fotografie zu machen wollte dich einfach da mal dran teilhaben lassen und hoffe es waren ein zwei bilder mit bei du hast dich gut unterhalten gefühlt und ich freue mich natürlich wenn du beim nächsten mal wieder dabei bist und sage erstmal für heute ciao